Herzlich Willkommen zurück bei wenn nicht so haben wir müssen jetzt mal gucken was wir in dieser Folge denn machen sie hat da fischteilen unser Fisch in Dortmund ist ich glaube in der letzten Folge haben wir es dahingestellt dass es da gebaut werden soll in der letzten Folge haben wir das gemacht so hier einmal abziehen Prozent damit da wieder voll und dann haben wir sogar noch zwei Laboren übrig würden das noch erst mal da weil ich ganz gerne Platz suchen wollte um jahre es ist Zeit diese 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 doch diese es sind halt ich habe überlegt hier noch mit ranzubauen es ist stelle erst mal die zum Teil die sogar 16 17 okay das geht richtig groß ja hier noch so er jetzt halt zuteil da reinzubauen hatte ich jetzt vor mal gucken wie weit das hier geht 11 15 am besten auch wir immer so 15 mal 15 ja warte mal machen wir das da hin ne wir machen es dann zack so davon brauche ich drei stück weil es gibt ja auch drei Arten an Tieren und die gehen jetzt immer 15 mal 15 aber dann können wir sogar gleich mal zwei mal fahren wir aufpacken aber ich würde sagen bauen wir auch gleich die anderen da sofort hin dann gehen wir 15 geht hier hin 13 15 zack 15 mal 15 so ich baue jetzt gleich alle drei dann baue ich hier noch einen Doppelweg zwischen ja ich habe da 14 15 und kommt schon 5 12 aber das passt ja heute perfekt da rein das ist ja unglaublich so so jetzt ziehen wir dann auch noch hier die Wege nichts achso Wege wollte ich bauen zack bis nach hier hin ja dann wollte ich hier noch hier wollte ich dann einen Doppelweg dann einmal mal durchbauen hier wieder einen Einzelnen hier wieder einen Einzelnen machen wir da jetzt eine kleine Runde zack macht der Weg da eine kleine Kurve jetzt zack oh da ist einer krank dann soll er mal zum Arzt gehen dann soll er mal zum Arzt gehen dann soll er mal zum Arzt gehen zack so bauen wir mal bis da ja haben wir da unsere drei warum ist der denn gestorben äh sieht man nicht mehr so haben wir da unsere 14 Arbeiter bräuchten wir uns ist auch außerdem noch ein Stonecutter gerade gestorben das ist traurig im Moment baut der Eisen ab kann doch erstmal weitermachen der Kohle haben wir ja noch genug der Worte wie immer Stone ab das kriegen die auch ganz gut hin das machen die schön hier werden auch noch Häuser gebaut 14 Stück gebaut hier immer noch ähm minnet sich jetzt mal nicht ab zack ziehe ich nochmal vier da ab da haben wir unsere äh Arbeiter dort voll ne so da haben wir grad keinen der uns irgendwie ähm Tiere oder so besorgen kann nee Firewood haben wir genug ja wir haben recht viel Firewood dann würde ich sagen Inventory 600 gehe ich mal bis 800 hoch hier Leder müssten wir eigentlich haben wir wieder Leder irgendwie ich guck da mal eben ganz kurz haben wir Leder Leder 6 und Leder 16 gut das heißt bei Leder können wir auch noch mal auch noch mal hoch gehen das kann man denn verkaufen ne ja komm wir machen jetzt nicht mal da soll es jetzt mal so ein kleines äh komm wir setzen es auf tausend so zack kann der hat der wieder was zu tun der geht jetzt zum Arzt ne ja die gehen jetzt ernsthaft zum Arzt oh ein Patienten haben wir schon jetzt haben wir nur zwei ne ne immer noch einen Patienten der dort behandelt wird ist aber ist aber gut gemacht dass sie dann auch zum Arzt gehen und so ah jetzt können wir hier wieder zwei wegnehmen zwei in den Steinbruch schicken es ist nämlich dein Haus fertig wo noch niemand eingezogen ist das dauert noch ein bisschen aber Häuser haben wir dann schon mal so ein paar gemacht ne was fertig ist ist fertig hier mit der ganz schön Stelle dann mach ich hier jetzt wirklich echt so einen reinen äh Feldgürtel und so hin ähm viel weiter darf ich genau weiter darf ich auf gar keinen Fall gehen hier und lassen wir dem dann nämlich so ein Waldgebiet ne genauso wie den anderen beiden nö 2000 das Holzlimit das ist in Ordnung und irgendwo ich glaub hier war ich dann irgendwie echt nochmal eine Brücke rüber oder so für na mal sehen mal sehen was wir alles machen was ich mich frage wenn das hier ne wenn das dann irgendwann weg ist alles ne ob das Loch was da jetzt ist dann noch wieder weg geht oder ob da jetzt dann für immer so ein Krater in der Landschaft bleibt und das schützt so ein paar Dinge die mich mal interessieren ah die sind sie grad am Weg arbeiten ok ich nicht lange ah eins ich stell mir die Zeit mal wieder auf 5 hoch denn auch ist ja auch Winter ne da haben ja eh grad nix zu tun hier haben ja eh 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 ter so wirklich jetzt durchgehend vollgesetzt ist damit jeder Jahr viel Kohle haben wir jetzt nicht die heißt auch schon alle die heizt und wirklich den guten alten Feuerholz heizen die kein Problem ist ganz gut sie arbeitet keiner warum arbeitet hier keiner finde ich nicht so gut dass da keiner arbeitet finde ich nicht schön aber naja hier liegt Leder rum was mache ich endlich hiermit mit dem Streifen wir sollen einfach so einen grünen Streifen drin lassen und es wird springen das wollte ich jetzt doch statt müssen anscheinend anscheinend bauen die erst mal so ich brauche alter ich brauche 32 Farmer heilige Scheiße 32 Stück 14 haben das heißt ich muss hier von alter hier auch noch mal ein paar wegnehmen haben wir noch mal fünf haben wir erst mal wieder zehn so haben wir erst mal vier und zwei weiß was kommt ich da jetzt auch noch mal weg und hau die da auch noch mal das fällt und dann so als hat zwar bisschen wenig Bauarbeiter aber also drei Bauarbeiter zu wenig aber das macht ja nichts eigentlich hier könnte man nicht auch ein Brunnen oder so reinbauen naja mal sehen mal sehen mal sehen mal sehen mal sehen aber die Stadt wächst das ist echt gut es ist voll schön dass die Stadt echt schon so gewachsen ist es sieht auch nicht gerade symmetrisch aus das mochte ich wollte ich auch nicht das habe ich ja auch gesagt dass ich das nicht möchte lieber so ein bisschen wirrwarr finde ich persönlich schöner so die hier werden wieder bepflanzt sehr schön hier wird dann doch jetzt weiter noch weiter gearbeitet freut mich auch wir haben 32 Farmer so ihr Farmer wo irgendwie da bestellt ihr so ne und hier irgendwie ja nicht es ist nicht gut alle brauchen Essen das ist einfach so wir brauchen echt Essen und Teile da Leather haben wir 22 hier das heißt wir können hier tatsächlich auch wieder bei Leather nochmal 20 hinzufügen und wir haben ja noch 20 dort können wir dann noch machen ich bin froh wenn das hier auch steht das wird so gut aussehen ich glaube hier ziehe ich dann echt noch eine Brücke rüber dann können wir hier echt noch eine Mine oder so später hinbauen auf die andere Seite das wäre natürlich auch echt nochmal eine super Idee das mache ich aber jetzt gerade noch nicht jetzt äh ne jetzt gerade noch nicht oh Gott ich stelle jetzt mal ganz genau mal ganz kurze Zeit hoch bisschen lange aber man auch wirklich eine kurze Zeit hoch so jetzt sieht man auch schon hier jetzt wird sie auch bestellt sehr gut das wollte ich so auf zwei ähm 8 Teile bauen und so jetzt haben wir wieder 8 Arbeiter dort ne das stimmt ja jetzt soweit das stimmt ja jetzt soweit ah jetzt bauen sie hier gerade das bauen sie jetzt erstmal fährt dann brauchen wir auch gleich einen Fischer ne oder doch eher oder doch mehr Fischer ich weiß gar nicht wie viele Fischer man dann braucht ich hoffe grad einfach mal nicht so viele vier Stück braucht man ach so können wir jetzt aber erstmal hier äh zwei Stück haben wir schon vier Stück haben wir jetzt gerade noch nicht das dauert noch einen Augenblick bis wir vier Stück davon haben weil dafür muss jetzt erstmal hier dafür brauche ich auch noch drei Leute aber das kriege ich eigentlich hin irgendwie wird der Steinbruch wird tiefer ne oder sehe ich das jetzt falsch oder wird der Steinbruch tatsächlich auch noch tiefer ich weiß es gar nicht hier wird irgendwie so gar nichts eingelagert ne ich finde wir müsste man müsste hier irgendwann nochmal einen Förster noch hinstellen oder bringt der Förster jetzt immer nach da ich glaube eher dass der jetzt mich immer nach da bringt dann können wir auch eigentlich mal ganz kurz so ja komm das ist jetzt gerade egal so zack da noch eine Straße hinziehen könnten wir ja auch mal ah guck mal ein Fischerboot die setzt sich da jetzt rein und fährt los ne ne die angelt so schade ich sag die setzt sich da rein und fährt los naja schade hätte ja klappen können so da wird überall fleißig noch angebaut das freut mich natürlich sehr hier müssen jetzt noch die ganzen muss noch jetzt noch so das ganze Holz hingetragen werden ne so wir haben wieder einen Arbeiter den machen wir auch gleich mal als Fischer so wir haben 3 von 4 Fischer schon sehr gut da ist jetzt noch jemand am angeln 10.000 ist da 1 1 2 1 2 ne 1 1 2 ne 1 1 1 2 ich dachte die kamen nicht auf 10.000 ah, kann die Zahlen da nicht so gut erkennen ist einfach so aber der da sind schon schöne Fischkisten, das ist sehr gut ich glaube, das ist auch nochmal echt ein großer Essensfaktor, den man dann hat wenn man Fisch hat das ist glaube ich dann echt nochmal ein guter ein guter Anfang aber irgendwie die Felder wachsen echt langsam wir haben Early Summer und sind nicht mehr voll bestellt unglaublich dann wird vielleicht dauert das ein bisschen länger zu wachsen, das Zeug Ah, hier wird das erste gebaut und jetzt haben wir auch 4 von 4 Fischern sehr gut, das erste Teil wird bereits gebaut das freut mich auch schon, wenn ich schaffe, was wir noch an dieser Folge fertig zu stellen und so bei 68% das könnte man sogar noch schaffen aber nur wenn sie gut arbeiten und da hämmert nur eine und da fehlt dann noch einer und das ist nicht so schön wenn da noch einer fehlt der da eigentlich mitarbeiten sollte naja was soll man tun und da ja dann das wird das das ist nicht so schön das ist nicht so schön